Im Sommer, wenn die Deutschen wie arktische Lemminge von einem Tag auf den anderen ihre Wohnhöhlen verlassen und den endlosen, doppelreihigen Schlangen auf den Autobahnen gen Süden drängen, ohne je einen Blick in die Umgebung zu riskieren, kann man als Liebhaber und Kenner regionaler Kultursehenswürdigkeiten der Lust, mal wieder von schönen Dingen zu erzählen, die den Transitreisenden verborgen blieben, nicht widerstehen. In der mächtigen Kirche des Augustiner Chorherrenstifts Aldersbach haben die Brüder Assam in den 1720er Jahren der Welt exemplarisch vorführen können, wie sich eine konventionelle Wandpfeilerarchitektur zu einem Festraum von erhabener Pracht steigern lässt. Durch dramatisch den Himmel öffnende Deckenfresken, die kühn mehrere Gewölbejoche zusammenfassen und durch die Abfolge variantenreich geschnitzter Seitenaltäre, die den langen Saal plastisch rhythmisieren. Ein paar Kilometer weiter liegt der Markt Ortenburg, der als protestantische Enklave im einheitlich-katholischen Bayern als Stachel im Fleisch der verbittert antiprotestantischen Wittelsbacher über Jahrhunderte hinweg seine eigene Kulturgeschichte geschrieben hat. Die allgemeine Schulpflicht beispielsweise ist in den Dörfern der Grafschaft schon im Jahre 1703, also fast 100 Jahre früher als im Rest Bayerns eingeführt worden. Im Chor der evangelischen Marktkirche Ortenburg hat Graf Joachim, der die Burg zum Renaissance-Schloss ausbaute, noch zu seinen Lebzeiten vom Passauer Meistern für sich selbst ein grandioses Hochgrab aus Rotmarmor, mit figürlichen Reliefs aus Alabaster, mit schwarzmarmornen Hermenpfeilern und einer lebensgroßen Liegefigur aus blendend weißem Marmor errichten lassen. Fast noch beeindruckender ist aber das von den gleichen Meistern nebenan, in die Wand eingebaute Grabmal, das Joachims früh verstorbenen Sohn Anton in höchst lebendiger Pose zeigt. Die jünglingshafte Figur in Paraderüstung hat den Metallhandschuh elegant beiseite gelegt, die Beine fast lümmelhaft lässig übereinander geschlagen und den Kopf bequem in die Hand gestützt. Man übertreibt wohl kaum, wenn man die ottenburgischen Grabdenkmäler zu den überzeugendsten vollplastischen Arbeiten der Jahre um 1575 zählt. Wie liberal damals in der lutherischen Enklave Glaubensdinge behandelt wurden, macht das Aufblühen der nahe bei Ottenburg gelegenen Wallfahrt Samarai in den 1630er Jahren deutlich. Beim Brand eines Bauernhofs im Jahre 1619 war die daneben stehende alte Holzkapelle wundersam verschont geblieben. Zu dieser Wunderkapelle pilgerten die Menschen aus der katholischen Umgebung bald schon in solchen Massen, dass der Münchner Hofbaumeister Isaac Bader 1629 den Auftrag bekam, um das Kirchlein eine deutlich größere Wallfahrtskirche herumzubauen. Bader postierte die hölzerne Gnadenkapelle im Chor seines Neubaus und der Bildhauer Jakob Bendl setzte vor den Choreingang und vor das heilige Monument eine ikonostasartige, bis zu den Außenwänden und bis zum Gewölbe hinauswuchende, prallplastisch geschnitzte Altarwand, die, um die Hios Nachfolger für uns sprechen zu lassen, einzigartig ist in der kirchlichen Ausstattungskunst Süddeutschlands. Ihre fünf Achsen beherbergen in ihren drei prunkvoll gerahnten und vergoldeten Geschossen in schönem Wechsel Gemälde von Matthäus Lettenpichler, tief gestaffelte Skulpturennischen, in denen biblische Szenen wie in Krippen voll plastisch dargestellt sind und Öffnungen, die den Blick in das Allerheiligste oder den Chor freigeben. Von geradezu bestürzender Lebendigkeit sind die beiden ungebärdig wild aus der rahmenden Altararchitektur heraus sprengenden Reiterfiguren der Heiligen Georg und Martin. Mit ihnen gibt der aus dem Bodenseeraum stammende Bendl eine höchst eigenwillige Antwort auf die zeitlich vorausgegangenen Großtaten, der ebenfalls aus dem Bodenseeraum stammenden, stilprägenden Bildhauerfamilie Zürn. Dass in der ländlichen Abgeschiedenheit dieser Region auch rund 100 Jahre nach Samerei noch Volkskunst von ähnlich hohem bildnerischen Rang möglich war, dafür ist die sogenannte Siebenschläferkirche in Rotthof bei Ruhrsdorf ein schönes Beispiel. Dort stand seit der Gotik eine kleine Kirche, die den Aposteln Peter und Paul geweiht war. Als in der Nähe zwei römische Grabsteine gefunden wurden, die in recht primitiver Manier die Köpfe von sieben Männern zeigen, wurde der Kirche der Kult der heiligen Siebenschläfer übergestülpt. Die alte syrische Legende von den sieben Jünglingen, die im Schlaf die Zeiten überdauert haben sollen, ist sowohl im Christentum als auch im Islam bilderreich, ausgemalt und den eigenen Wunschvorstellungen gemäß zurechtgedacht worden. Im Christentum haben die sieben Legendenfiguren als frisch getaufte Epheser, die in einer Höhle schlafend die Jahrhunderte der Christenverfolgung überdauert und so den Beweis für die Wiederauferstehung erbracht haben, eine recht bescheidene Existenz geführt. Den begabten Köstlarner Stuckmeister Johann Baptist Bodler aber hat die wunderbar unblutige heiligen Legende zu seinen schönsten bildnerischen Erfindungen angeregt. Im Jahr 1757 hat er das gesamte gotische Chorhaupt der Kirche mit einem engelbesetzten Rokoko-Baldachin aus grau-weiß und rot getöntem Stuckmarmor gefüllt. Die vor dem Altar freistehenden Stützen des Aufbaus suggerieren zur Gemeinde hin eine offene Theaterbühne. Auf ihrer Innenseite aber sind die Pfeiler so mit bizarren Tuffstein-Imitaten und echten Muscheln verkleidet, dass sie das Innere einer überkuppelten Grotte simulieren. In dieser wahrlich fantastischen Architekturkreation, dieser baldachinüberspannten Rokoko-Tropfsteinhöhle erhebt sich ein bizarr zerzaustes Felsgebilde, auf dessen Klippen die antikisch gekleideten, besehhaft weißen Jünglinge sanft entschlafen sind. Und noch ein Kirchenraum von größter Originalität liegt hier auf der Strecke. Die Kirche von Dommelstadel mit ihren gekurvten Außenwänden. Drei Baumeister hat der Bischof von Passau nacheinander entlassen, bis endlich sein Wunsch, eine Idealkirche für die heilige Dreifaltigkeit zu errichten, erfüllt war und ein dreieckiger Zentralbau mit drei weit ausholenden Kornchen im zartesten Hochbarock verwirklicht war. Nur in der Kappel bei Walzassen ist Borrominis Raumidee ähnlich originell umgesetzt worden. Von vier bedeutenden Klosterkirchenbauten im engsten Umkreis könnte hier noch die Rede sein. Sankt Salvatore, Vornbach, Fürstenzell, Asbach. Sie dokumentieren beispielhaft die Entwicklung des Barock in Bayern von der Spätrenaissance bis zum frühen Klassizismus. Wir müssen uns auf Fürstenzell beschränken. Dort hat der große Münchner Baumeister Johann Michael Fischer einen schon begonnenen Kirchenbau durch Eckabrundungen im Inneren so in seinem Sinne modellieren können, dass im Zusammenspiel mit dem Tiroler Freskanten Johann Jakob Zeiler, der hier eine seiner Genietaten lieferte, und mit dem Münchner Hofbildhauer Johann Baptist Straub, der den Hochaltar im Chor plastisch wirkungsvoll nach vorne zog und vor dem hellen Hintergrund freistellte, einer der schönsten Räume der Zeit um 1745 entstehen konnte. Der andere Ort, an dem sich die Region mit aktueller Kunst auseinandersetzt, ist die Landkreisgalerie in Schloss Neuburg am Inn. Lehnt man sich in den schönen historischen Räumen der Hauptburg, sie umschließen eine gotische Kapelle und zeigen bedeutende Reste der frühesten Terrakotta-Wandverkleidungen im deutschsprachigen Raum, aus dem Fenster oder blickt von einer der Aussichtsterrassen steil hinab ins Inntal auf das burgartige, am Ufer gelegene Schloss Wernstein, oder über das Tal hinweg auf die gegenüberliegende Höhe, wo im Dorf Zwicklett der große Visionär Alfred Kubin 53 Jahre lang gelebt hat, oder aber den Fluss hinauf direkt nach Süden, wo sich am Ufer das wunderbare Stadtbild von Scherding abzeichnet. Dann wird einem klar, dass man hier nicht zum letzten Mal gewesen sein darf, dass man möglichst bald in die Gegend um Passau zurückkehren muss.